Ich kann nicht Brünnhilde spielen und dann die einfühlsame, empfindsame, warmherzige sein. Ich brauche niemanden, der mich zum Star macht. Das mache ich selbst. Ich bin kein Produkt der Regisseure. Ich komme aus dem Norden wie Brünnhild. Mein Name ist Gold. Ich könnte mit meinem Geld diesen Film co-produzieren, wenn ich wollte. Ich habe ein großes Herz. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich will alles alleine schaffen. Ich bin nicht so eiskalt wie alle mir unterstellen. Ich will alles alleine schaffen. Mein Name ist Gold.